Yo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu einem neuen FC-Talk mal wieder mit mir. Ja, Freunde, fünfter Spieltag sind wir mittlerweile angekommen. Wir spielen gegen Red Bull Leipzig. Eine Mannschaft, die normalerweise mit oben spielen muss, bei so einem guten Kader. Sind aber dennoch leider unten mit drin. Und ja, wir sollen mal anfangen. Also, RB hat jetzt nicht so gestartet, wie man sich halt erhofft und hat, was aber keinen Grund hat. Und ja, ich denke, die werden sicherlich da im Laufe der Zeit, also im Laufe der Monate, Wochen, wenn die langsam wieder hochkommen, da bin ich mir schon sicher. Und ja, aber dennoch brauchen wir Punkte, was ja auch nochmal schon wichtig ist. Und ich denke, sicherlich einen Vorteil werden wir auf jeden Fall haben, sie zu schlagen. Ganz klar. Weil in der Woche hat die ja Champions League wahrscheinlich auch gesehen. Und Red Bull Leipzig hat auf jeden Fall eine dicke Niederlage halt einstecken müssen. Und gegen City, bei so einem Kader, den die haben, bist du halt gezwungen, wie Chelsea, den Bus hinten zu parken. Und ja, und für mich City, Chelsea und Bayern ganz klare Favoriten schon für die Endfinals in der Champions League. Aber das ist ein anderes Thema. Und ja, Freunde. Was mir halt in fast allen Spielen aufgefallen ist bei Red Bull Leipzig, ist, dass sie hinten eine riesen Lücke haben, seit Upa nicht mehr da ist. Natürlich spielt er jetzt keine Rolle mehr, der ist jetzt verkauft. Klare Sache. Aber man muss halt bedenken, Upa Mikano war halt die Mauer hinten, wo wirklich hinten gar nichts durchkam. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und aktuell habe ich jetzt nicht so genau die Innenverteidiger im Kopf, außer Halstenberg und Mokiel. Aber da sind ja noch andere Spieler mit dieser Saison jetzt gekauft worden. Und da bin ich mal gespannt, wie das Spiel auf jeden Fall gleich sein wird. Und ja, dieses Thema auf jeden Fall, was Nagelsmann halt hinterlassen hat, ist ein komplett anderer unter Jesse Marsch. So, wisst ihr, was ich meine? Und das dauert halt, bis dieses Thema halt etabliert wird. Und ist halt nur die Frage der Zeit, wann die halt wieder oben sind, wie gesagt. Also die werden auf jeden Fall im Laufe der Woche bestimmt wieder hochkommen, da bin ich mir sicher. Und ja, jedoch bin ich überzeugt, dass wir aber auch einen Sieg heute mitnehmen können, wenn wir das nötige Selbstvertrauen auch haben, was wir definitiv präsentieren werden. Und ja, toll. Naja, egal. Ja, Kainz ist aktuell ja gesperrt und Lampalle ist verletzt am Sprunggelenk. Daher bin ich mal gespannt, wer für Kainz spielen wird. Ich hätte gerne U-Boost da gesehen, aber U-Boost ist leider mit der zweiten Mannschaft unterwegs. Normalerweise wäre das jetzt die Chance, so die jungen Talente mal ins kalte Wasser reinzuschmeißen, damit die mal diese Erfahrung sammeln. Und ja, deshalb denke ich, statt U-Boost könnte U-Boost eigentlich auf der linken Seite spielen, was halt gar nicht verkehrt ist. Und ja, leider bin ich noch ein bisschen versalzt, was das Freiburg-Spiel angeht, weil da man halt viele mehr Tore schießen konnte als nur das eine von Modest. Und ist nun mal halt passiert und mit aktuell sieben Punkten bin ich auch absolut mega zufrieden. Also, dass das so schnell ging nach fünf Spielen, hätte ich auch überhaupt niemals gedacht, ganz klar. Und dennoch sollten wir mit voller Konzentration und dran glauben und geduldig bleiben. Und dann denke ich auch, im Laufe des Spiels werden wir uns auf jeden Fall dann belohnen. Und man muss halt auch natürlich auch aufpassen und realistisch bleiben, denn das Ganze kann auch nach hinten losgehen, weil wie wir ja Leipzig kennen, was ja Nagelsmann auch, wie gesagt, hinterlassen hat, sind die immer bekannt dafür gewesen, dass sie einen sehr guten Pressfußball spielen, also die Pressforst schlechthin. Und ja, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir schlecht spielen werden. Und da werden wir halt schon auch was zeigen. Ja, ich bin mega gespannt gleich aufs Spiel, Freunde. Mein Tipp wird auf jeden Fall 2-1 sein. Und Freunde, klar, man sollte realistisch sein. Natürlich muss man halt immer aufpassen, aber träumen darf man ja schon. Und deshalb denke ich 2-1 FC und Gibi Malzahner. Also, auf gut Deutsch gesagt, sag ich jetzt mal. Aktuell, wie der ein oder andere Bescheid weiß, vorbereite ich ja auch noch ein etwas längeres Video zu FIFA 22, Freunde. Und ja, es sind 4 oder 5 Tage noch, bis das Release endlich da ist. Davon noch Web-App und so alle Infos werde ich aber noch auf jeden Fall im nächsten Video bekannt geben. Und ich bin heiß, Freunde. Ich bin richtig heiß, auch wenn wir wieder so krass ins Loch reingetreten werden wie noch nie wieder und sehr schwer wieder rauskrabbeln können. Bin ich gespannt, wie das jetzt sein wird, weil das wird wieder eine RTG-Saison. Ich lade jeden herzlichst ein und jeden, der auch nicht so gut ist, dem helfe ich sehr gerne. Gar kein Thema. Und ja, das aber alles im nächsten Video. Freunde, wie gesagt, 2-1 mein Tipp. Das war's da jetzt mit dem Video. Ich muss ein bisschen schnell machen, weil eigentlich sollte das Video gestern schon da sein. Aber ja, ist jetzt nochmal so wieder in Zeit gekommen, was halt total zu kotzen ist, ich weiß. Aber ja, das darfst du, Freunde. Ich hoffe, ihr drückt uns die Daumen, also die, die kein FC-Fan sind und gerne mal hier so zuschauen und euch diese Videos gefallen. Das freut mich natürlich. Aber ich hoffe, ihr drückt auch mit die Daumen und hoffen wir, dass der FC gewinnt. Natürlich auch eure Mannschaften, die in der Bundesliga spielen. Und ja, aktuell kann ich auch den Bayern-Fans auch gratulieren, denn die haben Bochum einfach mal 7-0 oder so weggeklatscht. Keine Ahnung, ich habe bei der 70. Minute oder 77. Minute ausgemacht. Und ja, Freunde, für die, die das Spiel gleich gucken, wie gesagt, viel Spaß noch. Und drückt mit uns die Daumen. Dann würde ich sagen, macht's gut, Freunde. Euer Khalid ist draußen und ciao.